QM Control ist ein HEMS, das ist ein Home Energy Management System, besteht aus zwei Komponenten, einmal der Hardwarekomponente und aus der Softwarekomponente, die wir QM Control App nennen. QM Control kennt die aktuelle Erzeugung des Solarstroms, kennt aber auch den Bedarf der Wärmepumpe oder kennt den Bedarf, dass das Elektroauto geladen werden sollte und kann dann, wenn es ein Überangebot an Solarenergie gibt, die Wärmepumpe aktivieren. Wenn der Strom von der Strombörse gerade gering ist, kann das HEMS auch die Geräte aktivieren, um von den günstigen Preisen an der Strombörse zu partizipieren. Also das HEMS lohnt sich für alle, die eine PV-Anlage haben, für alle, die dynamische Strompreise nutzen oder die Kombination aus beiden.